Herr Igel, unser Vermieter hat sich beschwert. Ja, er sagt, wir würden immer zu viel Lärm machen. Glaubst du das? Nein, wir sind ganz leise. Und er sagt, wir würden auch sehr viel Schmutz und Dreck machen. Glaubst du das? Ja, das glaubst du? Ja, er sagt, wir würden zu viel Party machen. Ja, vielleicht machen wir zu viel Party. Vielleicht hat er recht. Aber auf der anderen Seite, wir bezahlen pünktlich unsere Miete. Wir sind zuverlässig. Es gibt keine Probleme. Okay, vielleicht hat er recht damit, wenn er sagt, dass wir zu viel Lärm machen würden und dass wir vielleicht zu viele Partys machen würden. Das stimmt vielleicht. Aber es stimmt auch, dass wir pünktlich bezahlen, dass es keine Probleme gibt, dass wir mit den Hunden regelmäßig rausgehen. Ich glaube, es gibt soweit kein Problem. Vielleicht sollten wir ein bisschen leiser sein und ein bisschen weniger Party machen. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen weniger Schmutz und Dreck machen. Und dann ist eigentlich alles super. Was meinst du? Ja, bist du auch meiner Meinung. Das ist super. Dann sollten wir das so machen. Alles klar? Ja? Ja. 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 Ja.